Hey Leute, herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde Minecraft Survival Games, Quick Survival Games Ähm, ja Okay, haben wir ganz guter Stuff QSG spiele ich jetzt nicht mehr so gut, weil ich das zu selten spiele Aber ich hab mir gedacht, komm, ich hab schon so lange kein SG mehr gebracht Da kann ich mal ne Runde QSG raushauen Ah, na gut Ich mein, so lange ist es jetzt nun auch mal nicht her, aber So, sehr gut Haben wir sie alle Hose wär gut So gefällt mir das So, oh, fuck Natürlich kommt von hinten einer Ach, komm schon Boah, ich hab Das ist meine erste Runde heute, Leute, nicht wundern Oh, fuck, da lebt der immer noch Der andere sollte auch runtergefallen sein Ne, doch nicht Ne Den Gäppel er sich nicht Se ich grad gar nicht ein Ist mir zu schade irgendwie Ja, also es kommt, ähm Mal wieder QSG, bzw. generell SG, weil Ich ja im Moment etwas seltener SG bringe Ich will eigentlich grad nicht reingehen, weil die ja zu zweit da am fighten sind Ach, jetzt will der mich da runter boosten, oder was Hm, so Die Runde wird auch nur kurz sein, weil Ich bin jetzt gleich In der Schule Und, also ich muss gleich zur Schule Und dann ist das halt nicht so Hab ich halt nicht so viel Zeit Aber ich werd das Video, glaub ich, noch schneiden Und dann Ups, ähm Dann werde ich, denk ich mal Mich auf den Weg machen Aber wie gesagt, ich hab mal Bock gehabt auf etwas mehr Abwechslung So Okay, nice First try sind wir schon so weit Weil in Skywars krieg ich eigentlich Meistens, äh First try sind Es sei denn Ich mach jetzt irgendwie Keine Ahnung, also Es sei denn Ich lade die Aufnahme nicht hoch, weil Zin nicht so spannend war, meiner Meinung nach Aber Oder wenn da nichts besonderes draus ist Na, ist jetzt eh tot So Komm her Komm her, mein Freund Was machst du denn da So, sehr gut Ähm, GG War eine nice Runde Und relativ kurz Aber Ich würde sagen Lassen Bewertung da Und haut rein Ich hab jetzt übrigens Die Bewertung wieder angemacht Weil ich finde das irgendwie besser so Und Ähm Deswegen Es war auch irgendwie aus Versehen Dass die Videos dann wieder automatisch Die Bewertungen an Äh, aus haben Das ist nämlich in den Voreinstellungen so Und das habe ich jetzt wieder Behoben, denke ich mal Also Haut rein und bis zum nächsten Mal Leute Ciao